Aber lesen wir erst mal den Hadith und dann schauen wir, was das Problem ist. Vielleicht hat das jemand von euch auch schon, hat sich auch mal Gedanken darüber gemacht. Der Gesandte Allah teilte uns folgendes mit und er ist der Wahrhaftige, derjenige, der als wahrhaftig erwiesen ist. Hier ist schon das Problem. Wir klären erst das Problem, dann gehen wir weiter. Er sagt, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Bauch seiner Mutter für 40 Tage als Tropfen gesammelt. 40 Tage als Tropfen. Wer hat alles die Al-Arba'an-Nabawiah bei sich hier? Habt ihr schon mal so ein Embryo gesehen, wenn es 40 Tage hat? Das ist ein Tropfen. Wenn wir von Tropfen reden, reden wir von flüssigem Zustand. Richtig? Ich habe es euch mal hier etwas vorbereitet. Guckt mal hier, vier Wochen alt. Das sieht nicht mehr wie ein Tropfen aus. Richtig? Nimm das mal hinzu und nehmen wir einen Hadith, der bei Muslim überliefert wird. Einen Hadith, der bei Muslim überliefert wird. Ich erinnere mich nicht mehr, wer der Rawi ist. Auf jeden Fall, er sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wenn 42 Tage verstreifen, schickt Allah ta'ala ein Engel zum Embryo mit dem Auftrag, ihn zu formen. Er formt seine Augen und seine Ohren. Zweifel stark. Das kann also keine Flüssigkeit mehr sein. Richtig? Dieser Hadith hat mir deswegen viele Probleme gemacht. Ich habe versucht, ich habe mich gefragt, wie man das zusammenbringt. Und am Ende bin ich dann auf einen Punkt gestoßen. Ich bin nie darauf gekommen, einfach aus folgendem Grund. Weil die Al-Arba und Al-Nawawiyah sind eines der ersten Dinge, die man auswendig lernt. Und dann hast du diesen Hadith in diesem Wortlaut auswendig gelernt. Und jetzt, das machen auch die Shurrah. Ich glaube, auch die meisten, die dieses Buch erklärt haben, haben das auch. Einer der ersten Hadith, die sie auswendig gelernt haben, war Al-Arba und Al-Nawawiyah. Sie erklären dann das Buch, teilweise, ohne die Wortlaute, also diese Aufführung, in den Quellwerken nachzuprüfen. Und selbst wenn du es in den Quellwerken liest, weil du den Hadith so auswendig gelernt hast, stellst du dir das Wort vor, es geht hier um ein Wort, es geht um das Wort Tropfen. Du stellst dir das dorthin vor, obwohl es nicht dort steht. Der Hadith wurde bei Bukhari an mehreren Stellen überliefert. Ich glaube, vier oder fünfmal im Sahel Bukhari. Bei Muslimen kommt er zweimal vor. Der Hadith kommt auch im Musnad von Ahmad vor und in den Zunnen von Abu Dawood und in den Zunnen von Tirmizi und bei Ibn Maya. In keinem einzigen dieser Bücher ist das Wort Nutfertropfen erwähnt. Kein einziges. Woher rührt dann der Fehler? Das ist ein Fehler. Woher kommt der Fehler? Kommt der vielleicht von den Leuten, die die Abschriften von Al-Arbaun-Nawiyah gemacht haben? Das glaube ich nicht. Aus folgenden Gründen. Du findest dieses Wort in fast jedem handschriftlichen Manuskript der Al-Arbaun-Nawiyah. Das heißt, da waren nicht irgendwelche Nussakh, die das Wort hinzugefügt haben und einen Fehler gemacht haben. Der Fehler kommt von Al-Nawiyah selbst. Al-Nawiyah selbst hat sich bei diesem Wortlaut geirrt. Warum sage ich das? Weil in allen drei Büchern, die er geschrieben hat, hat er Tirm-Arbaun-Nawiyah geschrieben? Was noch? Riyad-Ussalihin und das Buch Al-Adhkar. In allen drei Büchern hat er diesen Hadith immer mit dem Wort En-Nutfa erwähnt, Kopfen. Und wie gesagt, dieses Wort En-Nutfa ist in keinem der Usul vorhanden, in keinem der sechs Bücher vorhanden. Das heißt, es ist ein Fehler. Und komischerweise weisen die Shurrah fast nicht darauf hin. Was noch schlimmer ist, sie weisen nicht nur nicht darauf hin, sie leiten davon auch Ahkam ab. Sie leiten davon auch Ahkam ab. Wie beispielsweise bei diesem Buch. Was steht denn da? An dieser Stelle. Aber jedenfalls, er sagt in dieser Erklärung beispielsweise, er leitet aus diesem Wortlaut, dann erklärt das und sagt, dass das Embryo, ich nenne es mal jetzt Embryo, 40 Tage lang, also die erste Phase ist, dass er 40 Tage lang als Flüssigkeit verweilt. Vorher hat er es abgeleitet? Aus dem falschen Begriff. Versteht ihr? Dieser Begriff ist gar nicht vorhanden. Es geht, also der Hadith sagt eigentlich, deswegen habe ich hier auch durchgestrichen, eure Schöpfung wird 40 Tage gesammelt. Sie wird 40 Tage gesammelt. Das kann eine Andeutung auf die Zellteilung sein am Anfang. Am Anfang hat diese Zelle keine bestimmte Gestalt. Das ist einfach wie so eine Kugel, die immer größer wird, bis sie irgendwann eine Gestalt annimmt. Denn wenn wir das als Flüssigkeit nehmen, dann wie gesagt, das hier sieht nicht wie eine Flüssigkeit aus. Und das ist schon in der vierten Woche so.